Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du ein normales Villagerhaus in ein richtig schönes Haus verwandeln kannst und... Hallo? Und vergiss nicht zu abonnieren und zu bewerten, falls dir das Video gefallen hat. Und du auch. Mach, dass du wegkommst. Und zwar das meiste Gehen mit der Modifikation Makavs. Ich werde auch nur die Blöcke benutzen. Die Brücken habe ich zum Beispiel schon mal vorgestellt und da gibt es auch noch Türen, Schränke, Inneneinrichtung, Dächer, Fenster und ich glaube das war es, oder? Sogar mit Dach hin. Und wir gucken jetzt mal, wie das Haus gleich aussieht. Los geht's. So, ich nehme mal alle Dachblöcke raus und ich würde sagen, wir machen diesmal ein Birkendach. Also ein bisschen heller, als es jetzt aussieht. Und zuallererst erstmal das alte Dach abdecken. Also eigentlich so, wie man auch ein normales Dach deckt. Erstmal das alte weg und dann ein neues hinsetzen. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe mit der Modifikation halt noch nicht so viele Dächer gebaut. Klar habe ich mal hier und da mal ein bisschen was ausgebessert. Aber so ein ganzes Haus damit einfach umgebaut, habe ich noch nicht gemacht. Deswegen ist das bestimmt jetzt cool. Ihr habt auch verschiedene Größen zur Auswahl. Ich zeige mal ganz kurz die verschiedenen Größen. Okay, das war eine Ecke. Dann gibt es noch sehr, sehr große. Je nachdem, wie steil ihr das Dach auch bauen wollt. Das ist zum Beispiel eine innere Ecke. Dann gibt es normale Blöcke, um einfach hochzubauen. Und dann haben wir noch einmal so einen Block. Ich würde sagen, wir machen kein sehr steiles Dach, sondern ein ganz normales. Deswegen fangen wir mit dem normalen Block an. Und ihr seht auch anhand der Hitbox, dass das quasi eine Treppe eigentlich ist. Wird nur wahrscheinlich ein bisschen anders dargestellt. So, oberste Etage fertig. Andere Seite einfach dran bauen. Ah, sieht hier jetzt nicht so cool aus, aber geht auf jeden Fall. Ein kleiner Überhang natürlich. So, andere Seite genauso. Und vorne auch noch mal ganz kurz, damit das nicht so abgeschnitten aussieht. Und die letzte. So, Dach neu gedeckt. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel anders aus als vorher. Muss man ganz ehrlich sagen. Also gerade Dächer finde ich sowas von cool. Das fehlt einfach in Minecraft. Und immer diese Treppen zu benutzen ist nicht so cool. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr geil. Und jetzt machen wir noch eine kleine Besonderheit rein. Wir machen jetzt noch so eine Art Dachfenster hier rein. Wenn wir den Block mal richtig gesetzt bekommen. Ah ja, so, okay. Dann auf der anderen Seite. So. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders. Dann machen wir hier auch nochmal so einen Block hin. Dafür sind auch die normalen Blöcke, die man hier hat. Und hier würde ich sagen, machen wir auch nochmal so eine Ecke rein. Zack. So, die Kante hier noch. Eins, zwei, drei. Dann passt das auch. Den Stein wieder weg. Das war nur die Bauhilfe. Dach soweit fertig. Und was fehlt noch? Genau, Dachhinnen fehlen noch. Die fangen wir jetzt einfach mal hier nebendran. Dann braucht man allerdings mal ganz kurz einen Block, wo man das dran machen kann. Deswegen machen wir hier einmal drumherum ein paar Blöcke. Und dann kommt da die Dachhinde dran. Ich gebe zu, die Dachhinde sieht ein bisschen merkwürdig aus an dem Haus. Ich glaube, eine Dachhinde wäre bei einem modernen Haus ganz cool. Hier nur so semi gut. Jetzt noch zwei Türen. Dann die Blöcke hier innen mal weg. Dann haben wir mehr Platz. Kamin kann ja eigentlich bleiben. Beziehungsweise ist das, glaube ich, ein Ofen. Oder wir machen den mal weg. Bisschen mehr Platz für Inneneinrichtungen. So, Dachfenster da oben am Start. Dann machen wir einfach so eins rein. Und die kann man sogar öffnen. Und schließen. Fensterbretter. Ach, die Fensterbretter finde ich richtig cool. Hier oben am Fenster nochmal zwei Blöcke hin. Dann passt das auch. So, die Tür ist drin. Die Fenster sind drin. Fensterbänke am Start. Dann kann man hier vielleicht noch so eine Markise machen. Gerade im Eingangsbereich. Dann noch ein bisschen Inneneinrichtungen. Ein schönes Bett. Bücherregal ein großes. Einen Nachttisch. Dann noch einen Schreibtisch, wenn man mal was zu tun hat. In diesem Dorf. Noch ein Blümchen. Und schon ist unser Haus fertig. Ich habe jetzt extra nur Blöcke genommen von Minecraft Vanilla und aus der Mod Markhafs. Finde ich auch in der Videobeschreibung. Und so sieht das Haus jetzt aus. Ein paar Fenster, die man aufmachen kann. Ein Dachfenster. Ein paar Einrichtungsgegenstände. Ein Bett. Und wie gesagt, das Haus wurde jetzt nicht sonderlich größer gemacht. Sondern einfach nur mit ein paar Mod-Items versehen. Und ja, okay. Bis auf die Dachrinne. Die ist glaube ich nicht so cool. So, jetzt passt das auch einigermaßen mit dem Kamin. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch auf jeden Fall eine Bewertung da. Da geht natürlich noch mehr, wenn man noch ein bisschen größer baut. Noch ein paar Modifikationen mehr mitnimmt. Und dann das Ganze noch ein bisschen deutlicher dekoriert. Ist aber auf jeden Fall viel, viel schöner als ein normales Haus. Bis auf die Dachrinne. Und ansonsten würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Und lass auf jeden Fall eine Bewertung da. Hau rein. Tschüss.